servus was gibt es wollte mich nur bedanken für 200 aufrufe danke dass ihr aktiv guckt abonnieren gerne ab 25 abonnenten gibt es eine spess deutsch ist wir am start schreiger spessl oder so weil ich kenne im kurs kein deutsch ja spessl das überleg mir noch es wird auch bald ein projekt kommen das sag ich nochmal bitte abonniert mich, klick aktivieren und liken danke